hallo leute der puk hier schon wieder krank ich weiß auch nicht warum ich dachte ich das nur allergie und jetzt bin ich aber ziemlich tot liege im bett ja was soll ich machen eine gute sache ist aber am start und zwar geht es wieder besser ja also kein livestream heute kein brawl stars heute ja es ist auch schon wieder beschissen ja bald kommt der märz raus denkt daran kaufte märz und das war's tschüss